Tach. Na, 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 na. So. Nun gut. Überlegen. Ist jetzt gerade wichtig. Theoretisch bräuchten wir jetzt Sand. Für Glas. Hier die Festung weiterbauen. Nicht da reinfallen. Ja, Holz kannst du halt so gar nicht nehmen. Da können wir viel zu viel davon haben. Boah, Holz wäre jetzt richtig dumm. Ja, schnell. Ich hab's Angst aus. Ja, hoe ist das? Ja, ich hab Lust auch mit Gewinne. Ja, bevor es gut gibt, alsoobling istSNS. Müssen wir so rumgehen. Am besten auch nicht da reinfallen. So, das nehmen wir mit. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, ich habe hier irgendwas mit, gerade mit anderem Stein im Kopf gehabt. Ich wollte doch, ich wollte doch hier Dingsbums nehmen. Apropos Dingsbums nehmen, Neta-Siegel. Ähm, nein. Man, wieder zu früh, zu schnell geklickt. Ich habe nämlich dafür schon eine Vorstellung, wie es ungefähr aussehen soll. Jetzt finde ich es doof, dass man Neta-Siegel brennen muss. Ach, weißt du was? Wir müssen einmal zurück. Ja, okay, den lasse ich. Oh, guck mal, Kies. Ah, ja. Ah, ja. Natürlich. Tag. Tschüss. Boah. So, dann klettern wir nämlich hier rauf. Sichern hier dann natürlich auch erstmal ab. Sich keine Angst mehr haben muss, hier langzulaufen. Okay, Radius habe ich jetzt gedacht, ist auch ein bisschen größer. so wie jetzt zum Beispiel. Danke. Für Einstein. Aber hier ist eigentlich gar nichts mehr, ne? Naja, da oben geht es halt noch weiter. Hier ist Erde. Na, komm. Okay, Bereich der Höhle auch ausgeleuchtet. Machen wir mal so. Ähm, auf jeden Fall, was wir mal mitnehmen können. Dann schon mal, ist Eisen. Dann haben wir hier oben auch nichts mehr zu suchen. Ja. 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 So, ich hoffe das Problem haben wir dann jetzt mal gelöst. Ach ja. Natürlich kommt zweimal verkackte Feuerstein raus, ey. Das ist unglaublich. Das ist doch unglaublich, ey. Das ist doch unglaublich, ey. Ja. Ja. was ist das? Ja. 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 Da ist Gold. Jetzt kann man hier ja schon wieder eine Fackel hinsetzen. Das ist wunderbar. Oh, da drüben waren wir noch nicht. Ganz ehrlich ist mir sogar erstmal egal, ich will hier ein paar Steinchen haben. so. wir spielen wir hier rauf ok so ein bisschen stein auch noch geholt das war natürlich sehr schlau naja tat nicht ganz so weh hier irgendwo rüffeln auch andere freunde rum aber das sollte uns ja erstmal egal sein wir haben das was wir brauchen ja stimmt muss man ja auch drauf achten oh warte mal habe ich jetzt da durch den wasserlauf weggenommen ups wollte ich ja eigentlich behalten gehen wir mal so hier rauf ja jetzt ist natürlich der nachteil wieder ok machen wir den rotz noch mal weg das nervt mich das ja schon wieder dass hier keine fackel ist das nervt mich tatsächlich schon wieder dass hier alles weg ist an fackeln da ist auch noch eisen hat eisen interessiert uns aber jetzt gerade gar nicht so mach weg den klumpatsch genau gut genau so wollte ich sagen das war jetzt nicht mehr so ganz original aber ist halt so das haben wir auch naja aber hier muss doch auch irgendwas passiert sein oder nicht komm wir lassen den hier jetzt mal durch noch zusätzlich noch zusätzlich naja wer weiß wie wir dann noch hier auseinander nehmen wir tun klumpen ja roheisen das zeugs pilz lassen wir auch mal hier naja 34 stein naja warte mal das kann auch noch hier bleiben so hier möchte ich ja eigentlich nicht wegnehmen aber im nachhinein ja warum ich das jetzt auch so gemacht habe ich weiß jetzt auch nicht ist natürlich jetzt doof dass ich diesen wasserzufluss gesperrt habe weil es sah gut aus wenn nicht ach komm lassen wir so ist jetzt mal was anderes ist ein anderer höhleneingang ähm ja wir gehen erstmal wieder zurück wir gehen erstmal zurück und fressen lassen so lalalalalala ähm ich möchte wissen war das so ja okay nein 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 nicht zurück ins portal Quarzziegel Quarzblock ja ja eigentlich müsste der ja komm ich jetzt eh nicht alles runter so holz kies kommt dahin der stein bleibt auch erstmal hier der stein bleibt hier obsidian sowieso das pulver zeugs das ist so das ist so nü äh so nüter gedöns packen wir mal hier rein so Pilz Quarz Feuerzeug Gold so ist er jetzt unten juckt uns aber jetzt nicht wenig siegel haben wir ziegel haben wir auch hier von daher alles wunderbar so wäre jetzt schön wenn man die ziegel jetzt auch tatsächlich das wird aber glaube ich nicht gehen zurück zum Quarzblock und sowas geht glaube ich nicht das wäre jetzt natürlich viel besser so so okay ein meter block erstmal na von wo von da oben mach mal folgendes Dachchen lass mich mal hier durch jetzt sind die da oben drauf als Dach sozusagen da so tatsächlich nehmen wir den Klumpach jetzt nochmal mit ähm ja das ist das dürfte reichen komm Türen setzen wir da hin ist ja Holztür wo ich ja doch sagen muss hier so Stufen hin und dann mit so Slaps durch mit diesen Stufen hätte auch was oh die sind schlau Mist die sind schlau na komm so wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können ja aber mal ich mal wissen wollte wie effektiv die Dinger sind so ein Kohleblock nächstes mal rein stellen so aber hier mit Stühfchen hätte schon was wenn wir das jetzt so machen wenn wir das jetzt so machen ja doch kann man machen so wie ich mir das gerade vorstellen ist alles gut kann man hier nämlich sowas wie äh das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ähm ähm drei 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 wohl ich drei sogar ein bisschen so ein bisschen finde ich schon dämlich mit drei und vor allem lassen die vielleicht wirklich erst hier starten also ein, zwei, drei, vier, fünf drei, vier, fünf, ja dann da machen wir mal so 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 wäre das irgendwie besser so wäre das irgendwie besser wo ist auch ein Held ey so packen wir den hier einfach mal mit hin dann bin ich jetzt mal gespannt wie lang so ein Kohleblock hält ich meine ist zwar jetzt verschwindete Kohle aber dann sieht man es vielleicht hier raus buddeln wir auch ein bisschen naja jetzt erst mal so dadurch dass hier jetzt eh noch alles brutzelt würde ich einfach mal sagen wir sehen uns in der nächsten Aufnahme ich hoffe es hat euch gefallen das ist gerne wenn ihr mehr sehen wollt ein Like und ein Abo da ist kostenlos für euch hilft aber dem Kanal unglaublich ähm ja dann würde ich mal sagen war es das von dieser Aufnahme oder mit dieser Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss und